Zu einem Rocket League-Stream. Wir streamen ungefähr eine Stunde und denn jetzt ganz viel Spaß mit dem Stream. Wir warten jetzt noch mal kurz eine Minute, damit die Leute reinkommen können. Ne, Lukas? Ja, in der Tag. Also wir warten bei oben abgelaufene Zeit, da warten wir eine Minute. Ähm, in der Zeit gucke ich einfach mal ein bisschen rum. Ja, man hat auch schon die Benachrichtigung bekommen. Ja. Ich gucke mal eben, ob der Live-Chat funktioniert über mein Handy. Hallo. Jetzt einfach mal Hallo reingeschrieben in den Live-Chat. Ja, okay, der Live-Chat funktioniert alles super. Ich mache mir hier einen Stein zu dem zweiten Bild, ob das so gut läuft. Oh, gut, dann warten wir jetzt noch 17 Sekunden. Und dann geht's auch schon los. Ne, Lukas? Ja. Nicht im Chip. Äh, wie findest du die animierten Aufkleber heute, der heute im Shop ist, für 2000? Äh, ich finde immer. Gespenstisch. Oder Gespenst. Finde ich ultra gerne. Uh, ich finde... Ganz unten bei täglicher Items ganz links. Ja, da hätten wir so an der Seite mäßig wissen. Und hinten halt, ne? Aber okay. Okay, dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Ich finde, der jetzt. Ich finde ihn halt ultra anders. Gut, dann geht's jetzt los. No. Ja, ich wollte schon runterzählen, aber juckt eh niemanden. Wir müssen ja eh noch ein Spiel suchen. Ich finde, das ist ein Energieaufkleber. Lukas, das ist ein Low-Clan. Ja. Was kann ich finde, das ist ein Energieaufkleber? Das ist grauer und schwarzer. Old. Sex. Noch könnten Ding sein. Im Klaren. Freitag, oder wie man muss. Und nun ist es zu klein geworden. Ja. Wie ist das Schöchel? Oder. Anderes. ich wollte ich gar keinen bock jetzt gegen schütze richtig zu zocken mann verfügte scheiße ich mann ich darf keine ich darf nicht solche wörter benutzen ja irgendwie schon zu so zu bänden mann also so dass ich das nicht sage schon ein bisschen schwerfällt mir ja das ist ja eigentlich los mann ja okay ich habe das war ein feld da ich will dann auch schon geschliffen bin wird in reichen verstärkt war sie durch du bist Oh, ich hasse dich, nein, nein, ja, ja, und er hasst mich. Nein, 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 nein gehen auch vor da kann ich ja alles gegeben ich bin mir so ein komischer Vogel nach oben auf einem Haus wo ich da bin ich dachte du vorgekommen ja ich dachte ich dachte ich habe immer noch ein paar Neuern Paranoia nennt man das also okay ein paar Mal ein Mann ich bin das ist doch eins ist erlernen nicht mehr paranoia ich hab keinen Plan ich habe jemand noch gerannt als erweiterung ist nicht klar man ist die ich so wohl trage mich geklatscht Okay, ihr geht auf deren Seite, dann gönn ich mir mal den Hunderter. Zack. Vorlage. Oh, hallo. Oi. So ein gemeiner. So ein gönn ich hab ihn sogar noch angezüglich gemacht habe. im Stream hat man es einfach ein bisschen gesehen noch wie man einfach im Stream kaum was erkennen kann ich muss es halt so niedrig runterstellen ansonsten kommt halt eben wieder ja mein Internet und sagt oh warte oh warte also es wurde einfach ranzösisch ach Digga nur wenn ich einmal treffe ich mich treffe Digga ja ich wurde uns hinweg gefickt auch fack ich darf sowas gar nicht sagen wir sind zwei Zuschauer es ist mobbing aber ich bin es nicht gar nicht ich weiß nicht was er dann gemacht hat aber irgendwie hat er nichts gecheckt da dachte ich auch auch da war nie oder ja ich dachte schon hab ihn man dieser Eiskugelverkäufer alter regt mich jetzt auf man diese hohle Fritte sie sind hohle Fritte ja la ich dachte du hättest ihn rausgekickt ja dann versuchen kann dieser nettige Sendel überspringen Hahahaha! Ach Junge! Ah los! Och Mann! Ich hab halt auch keinen Boost! Wahrscheinlich nicht! Ach Lukas! Was hast du jetzt? Das beleidige mich schon wieder! Oh! Das war also eine Beleidigung! Das war also eine richtig krasse Beleidigung! Lukas! So eine Beleidigung! Ich hasse das! Dann sag's doch mal! Du hast es jetzt erst gesagt! Am Anfang ist nichts was geiles! Jetzt hab ich nicht kackern! Das sind 10 Sekunden! 6 Sekunden! Ja aber wenigstens halt eben noch ein Tor! Alter! Geil, wer jetzt hat eine Verlängerung! Was soll denn das essen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sie haben ihn selbst reingemacht! Alter! Und da war die 0 Sekunde! Und dann machen sie ihn selber rein! Oh mein Gott! Alter! Insel! Ya Master! Insel! Duens sind immer nach vorne! ich darf das mann der das als wir das noch gewonnen haben junge wir haben in sechs sekunden in sechs sekunden damit sein besser das ist mal kurz zurück ich wundern dass da mädchen stand das war ein auto zum pranken hat gefragt ob wir eure nummer können also haben können ich habe eine 8 8 sekunden verzögerung und zieh durch ganz verrate ja moin ist schon ja Junge ich ich wollte einfach fahren und du blockierst du guck mal du in der Nähe du bist die ganze Zeit manchmal in mich reingefahren du bist immer in mich reingefahren immer ja ich bin nicht reingefahren und die mich nicht reingeklert und in der Welt geile Alter und haben zu verfolgen zu kassiert richtig gern ich auch noch ein auch die Garnetik und so wichtig nicht die Kirchen kann werden ich bin ich meine ich komme mit dem Moment der Mann mit schweiß drauf und freundlich oder nicht fängstig für mich wir haben ich kann schießen ich habe aber vor Ort sind so nun kommen Stürmer im Kontakt an der Hand. Das ist wie unrealistisch. Ich bin über ihn drüber gehöpft und kick ihn zum Maus nach Afghanistan. Nichts ging auf Ghana, aber ihr seid scheiße. Ein Spaß. Nichts ging auf Ghana. Ja, scheiße. Okay, reden wir nicht von den Türken, ne? No! Ich will nicht, Alter. Nein, das ist so arg. Nein, nein, nein! Ich bin so arg. Meist du, siehst du? Ja, das ist so arg. Das ist so arg. Nein! da hat Prozent die Union und wenn die Kassel der Kassel Prozent die und ja auch nicht ich bin kein Ziel der Augen es gibt es und so gesehen dass ich jetzt schon jetzt abbrechen Nein, das verwirrt kein Ding. Nee, ich glaub dir jetzt auch netter auch gar nicht. Hab ich jetzt extra reingelassen. Ich beende jetzt an die Stelle jetzt auch wieder den Stream.